Was geht ab, liebe Sportsfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Verlängerung. Nach einem Rassismus-Eklat hat nun auch Ousmane Dembélé von Frankreich allgemein darauf reagiert, denn in den sozialen Medien kursiert derzeit ein Video aus dem Jahr 2019, auf dem zu sehen ist, wie Dembélé und Griezmann asiatische Hotelmitarbeiter verhöhnen und beleidigen. Die beiden Profis des FC Barcelona haben sich in ihrem Hotelzimmer gefilmt, während die Hotelangestellten versuchten ein technisches Problem am Fernseher zu beheben. Dembélé filmte ihn dabei mehrfach ins Gesicht und beleidigte sie auf Französisch, all diese hässlichen Gesichter, nur damit man einfach sein Game spielen kann. Schämst du dich nicht, sagte der Stürmer in Richtung Griezmann, aber damit nicht genug. Ebenfalls wurde gesagt, was ist das für eine rückständige Sprache? Seid ihr in eurem Land technologisch fortgeschritten oder nicht, fragte er. Griezmann lachte dabei und lächelte herzlich über die Aussagen von seinen Mannschaftskollegen, was natürlich einfach so wirklich unterste Schublade ist und einfach sehr, sehr rassistisch, aber Dembélé hat sich nun dazu geäußert und sagte, dass er das Video in Japan aufgenommen hat, aber es hätte an jedem anderen Ort der Welt aufgenommen werden können. Ich hätte ungeachtet des Ortes die gleiche Sprache gewählt. Es war keine bestimmte Bevölkerungsgruppe gemeint. Es war niemandem gerichtet. Ich neige im Privaten und gegenüber meinen Freunden zu diesem Sprachgebrauch, egal woher sie kommen. Das Video ist jetzt öffentlich geworden. Ich verstehe, dass es die Leute in dem Video verletzen könnte. Deshalb möchte ich mich aufrichtig entschuldigen. Auch Griezmann sagte, ich habe mich in jeder Form gegen Diskriminierung auf jeden Fall eingesetzt und davon distanziert. In den vergangenen Tagen wollten mich einige Menschen als einen Mann hinstellen, der ich nicht bin. Ich weise die gegen mich erhobenen, entscheidenden Vorwürfe zurück und es tut mir leid, wenn ich meine japanischen Freunde beleidigt habe. Das sind natürlich sehr, sehr große Worte. Man muss die Fehler eingestehen. Das tun sie hier. Sie entschuldigen sich. Ja, kann man auf jeden Fall einfach so hinnehmen und natürlich auch respektieren. Eure Mann, das würde mich sehr in den Kommentaren interessieren. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns bei der nächsten Verlängerung.